Ihr könnt euch auch einreiben damit. Ich wollte nicht alles trinken, aber es hinkt alles an einem Stück. So, ich hab hier die Urkunde für Biolek, unsere Ölplattform. Ich weiß gar nicht, ob das Boot heilgeblieben ist. Ja, ich bin genau. Ja. Schickes Tattoo, finde ich übrigens. Ja, man sollte bei so einem Wetter drauf achten, was man sich auf den Arm schreibt, es könnte dabei bleiben. Aber Mama hört sich doch gut an, das Tattoo, ne? Mutti. Gut, also schönen Dank, Mannsko Herr Garde. Ja, aber nicht so, ne? Ja, klar. So, und ab. Die Mitbegründer der Warnbarn, die Garde übrigens mal vor 16 Jahren. Alter, waren wir beide noch in der Garde. Genau. Und wir waren drei Boote oder zwei Boote? Ja, im ersten Jahr drei Boote. Und es hat unwahrscheinlich gestürmt und geblitzt über Wasser. Äh, den Tag davor. Unter Wasser, überhandsgeblitzt. So, jetzt haben wir das Boot der Feuerwehrjugend ein bisschen haushalten. Finde ich gut, dass die Jugend so früh damit in Berührung kommt, schon mal aufzuräumen, was Mutti und Vati schmutzig gemacht hat, ne? Genau. So, habt ihr eure Wäsche gewaschen unterwegs? Ja. Alles trocken geworden auf eurer Leine? Die schmutzige Wäsche ist wieder sauber, auch in der Feuerwehr. Auch hier gibt's Getränke. So, wir haben euren Kinder-Sekt hier mitgebracht. Nur was für super Kids steht auch drauf. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass ihr wieder damit dabei seid. So, ja, Applaus können wir ja auch auf uns geben, ne? So, ich hab das nächste Kinder-Boot und das ist die Monster-Woo-Woo. An die Jungs mit der riesen Woo-Woo-Seda. Wo habt ihr denn eure Kleinen? Ich hab gedacht, ihr spielt uns noch ein Lied hier. Und nie! Und nie! Für alle, die noch nicht genug genervt sind, werden sie jetzt noch einmal einblasen, oder? Nein! Würdest du mal deine Ausdrucksweise ändern? Ein Tuten-Wallo! Ja, äh, ich glaub, das dauert noch ein bisschen. Ja, Jugend forscht. Die sucht ihre Woo-Woo-Seda zum Blasen. Meine ich ja, zum Tuten. Wollen wir liezigen zwischendurch? Ja. Nein, wir machen die nächsten, solange die Woo-Woo-Seda unterwegs ist. Und das ist... Ah, sie kommt! Schnell, 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 schnell! Mensch, jetzt bin ich! Du hast die Leute auch nicht hingegen. Ihr seid ja genauso langsam wie der Mann hier neben mir. Ja, und ich kann mir das erlauben. So, jetzt einen schönen Ton mal. Gut! Wunderbar! Und ich hoffe, das war das letzte Jahr. Euren Ruf-Wundern. Wunderbar. So, und beim nächsten Mal seid ihr natürlich dann wieder mit dabei. Einen Applaus noch mal für das kräftige Getute. So, du brauchst mir nicht weggehen. Mach dir. So, und das letzte Kinderboot, das sind die Atzen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Platz, man. Da kommt ein ganzer Rassenband. Sag mal, wie ist noch? Nein, das sind so viele, da kommt das Vietro gar nicht mehr durch. Hast dich verschluckt, ja? Ach ja, so trocken war das auf dem Boot. Ja, muss ich mal sagen. Viel Wasser von oben. So, jetzt habe ich nur eine Urkunde. Wer will die denn haben? Gib mal zwei. Na, die Kleinen sagen die Großen. So, und ihr bekommt natürlich auch Cadri-Sonne. Betrinkt euch nicht damit. Nicht wie Mutti und Papa zu Hause. So, und wir bedanken uns bei Atzenboot. Jetzt kommen wir zu den Goldberger Carnaval's Club. Und die hatten diese ein Boot mit dem Titel Cleopatra. Kannst du das eigentlich sagen? Das war echt so, dass ich da Schwierigkeiten mit hatte mal, ne? Ja. Das sind zum Wort der Cleopatra ist auch ein Schwieriges Wort. Sag mal. So, da kommt die von Bord, Molly. Wie hieß das nochmal? Cleopatra. Baumschule, Hauptschule. Ach, Hauptschule, naja, irgendwas ist ja immer. Na, ich, da wird geküsst. Bei Gold, nicht bei... Ja, wie gesagt, die Goldberger, ich habe sie anders in Erinnerung. Früher waren immer eure älteren Herren dabei, ne? Molly, das waren die älteren, nicht die älteren Herren. Das waren die älteren. Ach so. Na, dieses Jahr mal mit junger Besatzung freut uns, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Ach so, die Urkunde. Möchte ich euch aufnehmen. Und den Sekt. Eure Urkunde und euren Sekt. Den gebt ihr den Eltern, bitte schön. Und wir bedanken uns für euch. Schau, das ist nicht, Junge. So, ich habe hier eine Urkunde, Projekt 2014, Firma Föch. Sind die noch da? Na klar. So, was hat euer Chef gesagt? Ihr habt ja nicht viel geholt heute. Alle gekündigt? Die müssen alle arbeiten, ja. Also, die Leute mit dem Boot sind sehr entspannt ins Ziel gekommen und auch wieder zurück. Die hatten allerdings auch einen Motor hinten dran. Das wart ihr nicht. Gut, vielleicht kriegt ihr ja nächstes Jahr dann den Motor. So, seit Jahren auch schon dabei, Firma Föch. Freut uns. Sie melden sich zwar immer etwas bisschen spät an, so zwei Tage vorher, aber ich schreibe sie schon immer vorher auf. Braucht ihr noch was zu trinken? Ja? Ja, doch, das ist gut, das hängt alles in einem Stück, da brauchst du dich gar nicht anstrengen, das kommt so nach. Kannst losgehen, kommt hinterher. Echt, das sieht nicht nur so aus, das schmeckt auch so. Also, wir haben ohne Ende davon. Das ist vor 16 Jahren mal gebraut worden und es wird einfach nicht alle. So, jetzt haben wir die Fala Levits. Das ist die Schweriner Karnevalsgeschäftschaft Winden e.V. Wo, da, oh, von allen Seiten. Mit Polonaise. Mit Polonaise. Sehr schönes T-Shirt. Ja. Wie gesagt, wir sehen Sie heute Abend nochmal, Ihre Garde, mit einem Showprogramm. Also alle ins Nettelrad kommen. Die T-Ratzi habe ich noch nie geküsst. So, also bis heute Abend im Nettelrad zu großen After-Show-Party. So, ich habe hier die sexy Fliegen am Start. Freiwillige Feuerwehr Banzo. Wo sind die Fliegen? Da kommt der, das Tafrisch-Schneiderlein, bahnt sich den Weg. Das Tafrisch-Schneiderlein hat den Bart ab. Da ist der Bart schon ab. Beguckt das mal. Übrigens, der Zuck, haben Sie mir gesagt, ist von Anna abgeschnitten hier in ein Stück. Ist das Brusthahn, ne? Das ist böse. Nur da war ich. Das war böse. So, die Urkunde habe ich. Anna, die du zu. Freut uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Die Flasche Sekt ist da hinten. So, wir wollen mal sehen, ob ihr nachher noch vielleicht noch einen anderen Preis kriegt. Also, schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart, wie immer. Wir gucken jetzt. Wir danken, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Sehen uns nächstes Jahr zu... Nächste, das sage ich eigentlich immer nächstes Jahr. Nächste Woche zu Münchner Freiheit. Ich liebe dich auch, ja. Ja, es gibt noch was Ekliges, als das aus dieser Kelle. Ich bin salzig, sagte er. So, könnten die Zuschauer uns helfen, diese Leute wieder von der Bühne zu kriegen.